So, hier laufen aber auch ganz schön viele von den Udam da rum, ne? Ich könnte mal... Äh, wo ist der? Alter, dieser Wegpunkt, ne? Dieser verfickte Wegpunkt, hier ist er. Ich steh genau auf dem Wegpunkt drauf. Dieser dämliche Wegpunkt, ey, das gibt's überhaupt nicht. Was war das? Ist das... Nein, weißer Jack, Alter. Den werden wir uns jetzt holen. Aber sowas von... Das ist wahrscheinlich ein seltener Jack. Scheiße, verdammt. Den werde ich mir jetzt holen. Koste, was ich wolle. Und wenn ich dabei brenne... Au, 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 au! So, der wird jetzt natürlich jetzt erstmal den ganzen Wald anzünden. Aber wir haben... Aber wir haben weiß... Den weißen, seltenen Jack erledigt. Sehr schön. Auch sich das Feuer ausbreitet, ne? Das ist schon unfassbar. Das gibt es doch überhaupt nicht, dass es die Qualität aber auch so schlecht heute ist, dass es so zum Kotzen. Das kotzt mich an. Wir sind übrigens immer noch im Live-Let's-Play für die Leute auf YouTube. Tierfett. Seltenes weißes Jackfell. Sehr schön. Das feiere ich ja schon ein bisschen, ne? Wie cool er aber auch mit uns mitkommt die ganze Zeit jetzt gerade, ne? Hallo, mein Freund. Wie er guckt, ne? Aber wo haben wir... Kommst du mit, mein Freund? Ich könnte Hilfe gebrauchen bei der Jaguar-Jagd. Immer noch. Was für eine dramatische Musik. Wenn mir das gleich zu doof ist, gehe ich gleich woanders ein Jaguar jagen. Warte mal. Ein Jaguar jagen. Auf der Autobahn. Ähm... Jaguar, wo bist du? Jetzt sag mir nicht, dass es das einzige Gebiet mit Jaguar ist. Ich fass es nicht. Tatsache. Also momentan zumindest, weil wir die Karte ja noch nicht weiter... Ne, da ist noch was. Ah, guck an. Erstmal schön die Blitzreise dahin. Und dann, äh... Oder beziehungsweise Schnellreise. Und dann gehen wir direkt mal Jaguar jagen. Und wehe, da ist keiner. Dann ist aber schwerwartlos hier gleich. So. Warte, pass auf. Da gehen wir... Und es wird Nacht. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Irgendwie ist ja Nacht so viel. Verdammt. Ach, du heiliger Strohsack. Verdammt, wo ist der hin? Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ja, ich hab geklappt. Alter, aua. Au, was ist das? Alter, ich seh nichts. Das gibt's doch nicht. Weißt du, da brauchst du einen Jaguar und jetzt greifen dich erstmal 1000 an. Weil es nachts ist. Timmy, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen, ähm... Ich glaube, ich werde mal ein bisschen, ein bisschen, äh... ein bisschen Licht machen. Ich werde mir jetzt einen Pfeil herstellen mit Feuer. Haben wir nämlich hier ein bisschen Survival Action. Was ist das denn? Da sind wieder Wölfe, ne? Ach, wir brauchen ja auch noch... Warte mal, wenn wir schon einmal hier sind. Ähm... Guck mal, hier ist nämlich Wolf. Haha. Wir brauchen für... Warte, warte. Dorf. Siehste? Jaguar-Fell haben wir fertig. Wir brauchen nämlich Wolfsfell noch viermal. Wenn wir schon einmal hier sind... Da laufen die Wölfe. Schnapp ihn dir. Aus. Survival! Survival! Ich seh nichts, ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Äh, hallo? Nein, nein, rutsch doch nicht. Sah ein bisschen merkwürdig aus, gerade wieder da runter... runtergeglitten ist oder abgeglitscht ist. So. Hast du fein gemacht, Timmy. Timmy, du bist ein ganz feiner. Du bist ein ganz, ganz feiner. Du bist auch genug knuddelig, Alter, mit dir, Alter. Mit dir kann man schön knuddeln, vor allen Dingen. Wenn du so ein Zuhause von der Haustür hast, ey, da kriegst du keine Einbrecher mehr, glaub mich. Da ist, äh... Da kommt keiner mehr rein. So. Das sah ganz gut aus. Ich glaube, wir haben... Zwei brauchen wir noch. Zweimal Wolfsfell. Das kriegen wir bestimmt hin. Pass auf, das machen wir mal. Wir sind... Was? Was? Wo? Ne, das war dann Jaguar. Ich will keinen Jaguar. Ich will nochmal auf die Karte gucken. Da oben ist Wolf. Da, wo wir eine Wegpunktdinge gemacht haben. Da müssen wir lang. Weißt du, jetzt hast du hier tausendfach Jaguar rumlaufen. Und jetzt brauchst du keinen mehr. Jetzt läuft die Jagd aber definitiv. Äh, was? Aua. Oh, was? Äh, äh, äh. Alter. Bist du bescheuert? Du kriegst mich ein. Oh. Die. Du. Äh, 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 äh. Alter. Mann, erschreckt mich doch nicht so. Ich glaub's ja nicht. Was ist aber denn hier? Ey, warte mal. Da war Cosma Shiva. Willst du den Cosma Shiva wieder mitnehmen? Was ist das oben? Was ist das denn für eine Höhle? Waren wir hier schon? Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon gewesen sind. Ich, äh. Survival. Hallo? Waren wir hier schon mal? Ich kann mich nicht in... Ah, doch. Okay. Ja, doch, 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 doch. Da hatten wir, glaub ich, den einen doch hier gerettet, ne? War das nicht so? Der gefangen war von diesen weißen Jaguern oder so irgendwie? Doch. Wer war denn hier schon mal? Ich meine... Ich meine zumindest... Ja, doch. Ja, ja. Ja, doch. Da hab ich doch verzweifelt den Ausgang gesucht. Falls ich noch entsinnen kann, ist irgendwie Folge 11, 12 oder so. Da waren wir in der Höhle hier. Da haben wir diesen Venja hier befreit. Und mussten doch hier die Höhle anzünden. Ähm, ja, natürlich. Da waren auch hier diese Hölzer und so. Ja, wir waren ja schon so. Äh, da muss ich mal gucken, wie kommen wir denn jetzt wieder hier raus, siehst du? Ich verlaufe mich schon wieder. War das hier? Ja, hier. Was heißt also, wir können mal eben doch nochmal, äh, äh, die Wölfe jagen. Wir schon einmal hier unterwegs sind. Ich steck mir erstmal die brennende, äh, Keule in die Tasche. Musste ich selber so ein bisschen, äh, Entschuldigung. Musste ich selber so krass, so ein bisschen schmunzeln. So. Das gibt's nicht. Was soll ich dazu sagen? Ich brauche eigentlich, brauche ich, äh, Wolfsfell. Weißt du, die ganze Zeit läuft mir jetzt ein Jago über die, über die Schulter, wollte ich sagen. Über den Weg. Ähm. Und jetzt findest du nicht ein... Ach, schmeiß die scheiß Keule weg, verdammt. Damit ich immer ein bisschen was sehe. Manchmal, manchmal ist es besser, im Dunkeln zu tappen. Ich höre was, aber... Ach nee, das sind Schweine, ne? Das sind Schweine, aber wo sind... Da sind Wölfe! Hinterher mit Stein! Nein, 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 äh, nein, nicht den eigenen... Verdammt, verdammt, schnapp ihn dir! Ich muss hier häuten. So. Was, Tasche voll, du kannst nichts mehr nehmen? Was? Wo sind die hin? Ich hab die Wölfe doch gerade noch gehört. Wo sind die denn hin? Hier irgendwo sind die. Ich hab sie gehört. Da. Schnapp sie dir. Aha. Das hat mir gar nichts. Holzfell, Bestie, geben wir erstmal Tierfleisch. Sehr schön. Ja, ja. Wie feige er angreift. Er kommt und... ...beißt einmal und haut ab. Das gibt's gar nicht. Wie feige die Drecksau ist. Seltenes. Ich mach euch fertig, ich mach euch fertig, ihr Drecksäue. Hier angreifen, abhauen wollen, oder was? Gibt's doch nicht. Du ticst auch noch nicht ganz sauber. Ja, rutsch mal da runter. Pimmelberger. Ich glaube, eine Keule ist, glaube ich, gerade kaputt gegangen. Ich hab einfach nur mit dem, mit dem stumpfen Reststock oder Stummeln einfach mal draufgauen weiter. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube... Ich glaube... Ja, wie geil. Wir können zwei Hütten ausbauen. Das werden wir auch direkt machen. Das werden wir... Verpiss dich! Verpiss dich, du Benner! So. Hier gibt's nichts zu sehen. So, warte mal. Da werden wir jetzt nämlich direkt mal Handwerk... Was können wir denn hier noch? Oh, oh. Oh, oh. Ein Keulengürtel können wir herstellen. Das klingt ein bisschen falsch. Ich weiß, aber den werd ich mal herstellen. Leopardenfell, 124... Nein! Was? Nein, nein. Ah, okay, Moment. Das war Järgurfell. Ich dachte schon, jetzt haben wir hier irgendwie, äh... Was weggenommen. Wie cool. Jetzt können wir mehr... Ja, hau' bloß ab! Habe ich meine Keule noch? Was ist denn hier los? Feiern die alle eine Demo? Oder was machen die hier? Ich glaub' das nicht. Ich fahr' ja gleich mal mit. Ich will's sehen. So, komm mit, Timmy. Keine Lust mehr hier zu sein mit den ganzen Affen. So, jetzt muss ich mal schnell auf die Karte schauen. Äh, bei unserer Map mal eben schnell, wo wir hier sind. Wir könnten eigentlich mal eben schnell zurück zu unserem Dorf reisen. Das können wir mal machen. Ähm... So, machen wir mal schnell reisen. Dann können wir nämlich die zwei Hütten jetzt mal eben schnell ausbauen. Wie geil, dass das so schnell geklappt hat jetzt auf einmal. Weißt du, die ganze Zeit rennt so rum und suchst Jaguar und Jaguar und Jaguar und Jaguar und Jaguar. Und findest du nur Mammuts, Mammuts und Mammuts. Ah, apropos Mammuts. Sieh, wir haben Mammut gar nicht weiter gesammelt. Wir bräuchten für Mammuts auch noch ein bisschen, äh, ein paar Sachen. So, jetzt können wir natürlich erst mal ausbauen. Sehr schön. Guck mal an. Ich dachte schon, wer trommelt da. Aber ist ja wieder der eine. Äh, bei ihr konnten wir nicht, ne? Da fehlt noch... Genau, da fehlt noch ein Mammuthaut. Dann ist die Hütte eigentlich auch schon so gut wie fertig. Ähm... Die... Was, was? Jaymas Hütte? Da haben wir noch gar nichts großartig. Guck mal, wird der auch brauchen. Oh, selten ist hier... Selten hier schaut. Südhorn. Ah, okay. Warte mal. Jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir erst mal den Typen hier die Hütten bauen, damit die hier nicht so ganz elendig, ohne irgendwas hier, äh, rumgammeln müssen. Jawohl. Hast du mir jetzt auch eine Unterkunft? Kannst du auch pennen? Ne? Prashtar. So, Kriegerfähigkeiten, zweihändige Keule und was? Winterkleidung. Wir haben eine Winterkleidung bekommen. Da muss ich direkt mal gucken. Warte mal. Alter, wo ist die Winterkleidung? Tatsache. Wir können uns eine wilde Winterkleidung... Dafür brauchen wir Wolfsfell. Und Hütte Level 1. Alter. Und was ist eine zweihändige Keule? Und was ist eine zweihändige Keule? Können wir uns bauen? Marisch. Winterkleidung. Guck mal eine an. Jetzt würde mich mal interessieren. Wir haben ja drei Wolfsfell, ne? Für die Hütte. Würde mich jetzt mal... Waffenwechsel? Ja, das wissen wir schon. Das haben wir schon gelesen gehabt. Falls du nur entsinnen kannst. Ähm. Jetzt würde mich mal was interessieren. Wir können ja die eine Hütte jetzt ausbauen mit Wolfsfell. Wird das Wolfsfell dann weggenommen? Bestimmt, ne? Das wäre ja... Ach nee. Uns fehlt noch... Wie krass. Uns fehlt nur ein Wolfsfell noch. Das ist ja krass. Das ist ja echt müde. So. Belohnung. Handwertsfähigkeiten. Neue herstellbare Taschen und Gürtel im Handwerksmenü. Ähm. Im Handwerksmenü. Falle. Wurfgeschosse. Was ist das für Sound-Aussetzer? Ähm. Tobe sucht Splitter. Aha. Wurfgeschoss. Schauen wir mal im Handwerksmenü. Können wir... Können wir sogar herstellen. Eine Tasche. Wie gut, dass wir... Weißwolfsfell haben wir sogar. Da könnt ihr mal sehen, wie gut ich immer gesammelt habe, ne? Äh, du sammelst viel zu viel. Brotst du gar nicht. Und hast du nicht gesehen. Ne? Guck mal, den Jägergerhütel haben wir jetzt komplett voll. Acht Fallen können wir tragen. Stachelbomben bei mir. Wie geil ist das denn? Feier ich ein bisschen. Können wir direkt mal gucken. Jawohl. Fünf. Vier. Und... Sehr schön. Dann können wir auch nochmal... Alter, zweihändige Keule. Wie riesig sieht denn bitte die Keule aus? Also die... Die er da in der Hand hat. Nein, ich meine, ähm... Vergess... Vergess das einfach. Vergess das einfach, was ich gerade gesagt habe. Oh, guck mal. Stein weit werfen. Yay. Voll geil. Ich feiere das Dorfleben hier so ein bisschen. So, pass auf. Wir können ja... Wir können mit ihm auch mal reden. Wegen der Mission. Den mag ich mal noch am liebsten hier. Den Krieger. Weil er noch am geilsten hier die... Wie gesagt, die U-Dammler halt abgebrannt hat. Einfach mal so ins Feuer geschmissen. Ich schaue nochmal eben schnell auf die Karte. Fiege ich keinen Punkt. Warte mal, warte mal. Was haben wir denn hier? Aha, aha, aha. Das Wechseln vom Waffendreieck geht schneller. Selbst wenn ich hier nur Sprintes. Mhm. Nähere dich einem Mammut und halte drei... Äh, vier gedrückt, um es zu reiten. Also auf dem Mammut, ne? So, ähm... Drücke nähe das Gegner, das R3, um einen Takedown zu erzielen. Ach, das mussten wir erst erlernen. Und ich habe mich schon gewundert, warum wir keinen Takedown machen können. Ach so.